So, da stehe ich jetzt am Baikalsee. Hätte mir nie gedacht, dass ich das jemals mit eigenen Augen sehen darf. Und jetzt bin ich noch dazu mit dem Bike ganz alleinig da hergefahren. Natürlich ist an dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön angesagt an die ganzen Unterstützer. Natürlich an Lateso, die Firma Curiacin, Lerch & Bartner und Camacho. Natürlich auch an Honda Schweiz für das tolle Motorrad. Es ist halt ein bisschen dreckig geworden in letzter Zeit, aber wir sind auch durch vieles zusammen durch. Und so wie es immer so schön heißt, ein Enduro muss dreckig sein.